so nun denn das sind wir wieder und wollen hoffentlich hier endlich das finden was wir finden sollen wow kackfieh ich mann was soll sowas warum tust du das bist du doof oder so möchtest du menschlich töten ich bin echt gespannt also wir hatten ja noch gar keinen boss kampf um das schwert ok Okay. Das ist nicht gut. Nein, das ist gar nicht gut. Echt jetzt. Ich glaube, wir kriegen ernsthafte Probleme. Das ist aber nur so eine Idee. Hoffen wir, dass wir das Schwert vor denen finden. Na, hoffen wir es einfach. Ah, da oben war was. Was? Eine Herausforderung? Okay, warte. Was für eine Herausforderung war das denn? Okay. Interessant. Soll ich hier durch? Anscheinend nicht. Ich nehme mal Licht aus. Okay, warte. Ähm. Mist. Ich wollte gerade sagen, da war doch was. Irgendwas, was explodieren lässt. Jetzt müssen wir noch hinkriegen, dass wir... Achso. Okay. Da ist er dann doch schon down. Sehr gut. Ich wusste es doch. Geht doch. Jetzt muss ich aber irgendwie nach da oben. Ja, ich wollte gerade sagen. Ne? Sieht so aus, ob man da, da muss. Oh oh. Ich höre da was. Ich glaube, es ist ganz in der Nähe. Na, wenn es sich ja schon so anhört. Ich glaube ja. Also speichern wir mal vorsichtshalber. Nur, nur so. Nur so halt, ne? Ja. Das ist einfach nur so ein Gefühl, was mir sagt, wir sollten das tun. Okay. Warte, warte, warte. Oh yeah, baby. Okay, ich ziehe mich kurz zurück. Heilen? Oh nein. Echt jetzt? Oh. Oh, das geht gut. Hey, hörst du, was sollst du mit nachfahren? Ja, ha, 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 ha. Oh nein, ein Schild ist kaputt, hä? Tut mir fast leid. Ja, aufgeladen ist das echt gar nicht so verkehrt, ne? Ha, 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 ha. Geht. Nicht schlecht. Ich lass mal was ab. Lässt ihr jetzt Wasser ab oder pumpt ihr Wasser rein? Ich bin mir da jetzt nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt, wo ich das hier so sehe. Hm. Ja, das lässt sich nicht so ganz deuten. Das war nur der Stromgenerator für irgendeine Tür, so wie es aussieht. Hm, hm. Okay, da ist auch noch was. Ach, hier, ein Fahrstuhl. Ah. Das kann ja lustig werden. Ich hab immer noch kein gutes Gefühl. Hehe. Cat-Reaktion hier. Sehr schön. Aber man muss immer noch sagen, also das Schwert ist eigentlich durch diese ganzen Extras mit diesen aufgeladenen Key-Angriffen, eigentlich, bis auf, dass man halt ganz nah ran muss, ist immer noch die stärkste Waffe. Ja, aber das soll auch bei dem Spiel so sein, letztendlich, ne. Ja, es ist halt auf Nahkampf ausgelegt und diese Schwert-Action. Genau. Und das macht auch letztendlich diesen Reiz ein bisschen aus, finde ich, ne. Bei welchem Spiel hast du denn das großartig? Oh, oh. Ich weiß, was da drin ist. Yeah, man, wie geil. Haha. Yeah. Dieser Spruch ist übrigens von die Klüge. Hail to the King, baby. Hoch die Arbeit, damit niemand rankommt. Ach, gut. Wir haben noch den Raketenwerfer, ne. Vergess ich immer wieder, dass wir den auch noch haben. Das heißt, ne, jetzt haben wir den. Das ist der Raketenwerfer. Boah, geil. Gut, dann gucken wir jetzt mal, ob wir vielleicht, ich glaube das allerdings nicht, irgendwas für eine Raketenwerfer freischalten können. 3600. Ne, da lässt sich nichts freischalten. Schade. Nimm gut. Aber wir haben immerhin ein bisschen was und können hier entsprechend loslegen. Haben wir dafür Munition? Sehr gut. Oh. Warte mal. Na, schade. Ich hatte hoffen, dass da vielleicht irgendwas dann... Ah, okay. Wir sollten kurz das wählen. Und... Ne, das andere machen wir gleich. So, erstmal das hier. Oh, fuck. So. Oh, warte mal. Ich hieße Seele. Oh, nein. Ach, kacke. Echt jetzt? Das gibt's doch nicht, ey. Jetzt reicht hier. Schnell heilen. Was wird sonst böse ausgehen? Warte kurz. Ähm. Hatte ich nicht Raketenwerfer? Warte. Sehr geil. So muss man es machen. Noch mehr? Ich kann ihn, aber wenn ich nicht genug bin, könnte ich wahrscheinlich den nächsten Whisperer sehen. Zilla hat die Sorge, sodass der Whisperer nicht weit ist. Ich brauche viel Geld. So richtig viel siehst du das jetzt auch nicht. Aber egal. 1100. Dabei haben wir ja schon die Sachen aktiviert, dass wir halt viel Geld bekommen. Und ich gehe mal hier auf Strubfschilte. So in engen Räumen finde ich das irgendwie besser. Weiß auch nicht. Ist klar warum, ne? Ja klar, natürlich. Hallo. Logik. Natürlich. Na gut. Ich gehe ins Wochenende. Ihr tut das auch. Wir sehen uns nächste Woche Montag wieder. Bis dahin. Euer MrZocker.